Wir sind jetzt auf der Bühne. Andi, wenn du dich einmal umdrehst, momentan ist noch alles leer. Die Anna bereitet sich ein bisschen vor. Und jetzt hast du dein Haarspray aus der Kabine mitgebracht? Nein, das ist kein Haarspray, das ist Antistatik. Das ist für Möbel, das ist Glas. Und mit Antistatik ist es besser und ich kann es besser malen. Das mache ich so und dann kann ich die Linien so machen. Und es sieht so einfach aus. Wir sind ja in Stuttgart im Theaterhaus, wo du heute Abend auftrittst. Was gefällt dir besonders gut an Stuttgart? Ich mag alles. Alles? Ja. Das hören die Schwaben sehr gerne, dass du alles meinst. Ja, ich mag Wilhelma. Das ist so. Hast du denn deine Motive auch schon mal live gesehen, wo du gerade Wilhelma sagst? Warst du in der Wilhelma oder guckst du dir alles nur mit Bildern an? In Wilhelma, ich war nicht, aber ich habe viel gesehen. Okay. Du hast zu Hause, hat sie mir verraten, 60 Kilo Sand. Ich habe ein Zimmer, das ist Zimmer für Arbeiten, für Trainieren. In diesem Zimmer, ich habe Sand, ich habe Tisch und ich kann da alles machen. nicht ganz wohnen, Sand. Okay. Ich kann da hingehen, dann so machen und gehen in die Küche. Super. Das war einfach wunderschön und authentisch. Das ist genial, was man mit Sand alles machen kann. Ich finde es toll. Und die Musik dazu und so sehr sympathische Künstlerinnen.